Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Captain, Lieutenant, gleich läuft ein Bericht über Gangs. Was? Ohne mich. Nachrichten sind scheiße. Ich will sie. Ja, ich bin da. Die Kämpfe at Gangs sind zum Erliegen gekommen. Während Satan trug die Vorstand der Russland gegen die SDF verteilt. Das sind Popparen. Ruhe! Das Ergebnis eines Überraschungsangriffs gegen die Satan-Flotte. Zwangs-Evakuierung entlautend. Während hier in der Stadt immer wieder kleinere Kämpfe auflaufen. Ein Stratkopf-Sprecher gab zu Protokoll. Unsere Orbitalverteilung ist intakt. Und die Flotte weiterhin stark. Die Flotte ist weiterhin stark? Welche Flotte? Mopaganda-Scheiße. Gleiche Scheiße. Ja. Kriegen wir bis jetzt mega viele Freischaltungen. Ja. Hab sie. Verschwenden wir keine Zeit und drehen eine kleine Runde draußen, Reyes. Du musst das nicht sagen. Ich find's gut. Ne, ich auch. Aber wir sind ja mitten in der Schlacht, ne? Ja. Ich weiß nicht, dass er blöd geflackert hat. Das war mega komisch. Müssen wir nicht eigentlich kämpfen? Wo sind die Gegner? Sir, Admiral Reigns hat ein Primärziel in der Nähe des Atomfesten. Die Brücke hat zusätzliche SDF-Flotteninformationen entschlüsselt. Neue Luftkampfgelegenheitsziele sind jetzt verfügbar. Heißt? Okay. Gesuch 2. Sir, als Jekyll an der Ruhe. Die SDF hat Teile von einem Schrottplatz außerhalb von Pluto geborgen. Sie haben einen Zustand mit einer kleinen Skelter-Staffel im Einsatz. Wenn wir jetzt starten, erwischen wir die Schiffe und holen uns die Beute. Wir brauchen so viel Schrott wie möglich. Den mach mal. Wollen wir da überhaupt Ausrüstung? Ah, den Jekyll. So. Was kann ich denn jetzt da verbessern? Ich hab doch dann mega die Verbesserung gekriegt. Ach hier, wow. Ich dachte jetzt hier, weißt du. Alles klar. Dann. Wie gut, dass der dann hier hinlaufen muss. Irgendwie. Irgendwie ist das gut. Das könnte unsere Schrottbedürfnisse stellen. Da kommt es wirklich drauf an. Wir dürfen den SDF nicht von der Sessorten überlassen. Ich glaube kaum, dass Sie mit uns teilen werden. Verstanden. Captain, SDFs Gelder haben bereits im Perimeter eingerichtet. Sie werden uns direkt nach dem Eintreffen angreifen. Roger. Weitere Daten zum Schrottplatz. Viele Trümmer. Nicht viel Platz für Luftmanöver. Es gibt nur Spaß. Scars. Der Tower rät zur Vorsicht beim Manövrieren durch die Trümmer. 1-1 okay. 1-2 okay. Scars. Alle starten bereit. Verstanden. Start in 3, 2, 1. Start in 3, 2, 1. Das haben sie cool gemacht. Wie beim Mass Effect 3 wurde dann halt auch so. Hinten kannst du wohl böse. Muss halt den Hauptlüssel. Schau raus. Haben Sie nicht Kontakt. Retribution zurückbleiben. Ab hier übernehmen die Scars. Verstanden, Sir. Gute Jakt. Dann mal rein der Raid. Los hin. Skelter sind das Primärziel. Wir düngen sie aus und greifen den Zerstörer an. Verstanden. 1-2 erhöckende Feuer. 2-2 Uhr. 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 3-2 Uhr. 3-2 Uhr. 3-2 Uhr. 3-2 Uhr. 1-2 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 Uhr. Die Blur! Nur noch ein paar Nacht, Schickler! Räumen wir auf! Er hat 2 Uhr! Er hat mich erhast! Jetzt nicht mehr! Die kleine Hure! Den Zerstörer ausschalten! Das brauche ich auch nicht! Vorsicht! Mehrere Ajax im Anflug! Verstanden! Zeigen wir es ihnen zart! Besteh nicht! Feuer frei! Gegenmaßnahmen! Den Ajax treffen Raiders! Habe sie! Guter Schutz Raiders! Der ist nicht Haken! Der ist nicht Haken! Ja ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Der ist nicht Haken! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Der ist nicht Haken! Ich bin nur noch hittet. Er ist weg. Guter Abschuss, guter Abschuss. SDF Zerstörer zerstört. Gute Arbeit, Leute. Gator, was sagt das Radar? Es hängt aus so gut wie frei. Ein Ass befindet sich direkt voraus in der Kampfzone. All in die Räder. Greife an. Feuer. Ziele, 12 Uhr. Jetzt nicht mehr. Ein Ass weniger. Gut gemacht, Raider. Gut geschossen, Sir. Radar ist frei. Alle SDF-Schiffe wurden ausgeschaltet. Wunderbar geschossen, Scars. Melden Sie als Stratkom und schicken Sie ein Bergumsteam her. Gute Entscheidung, Reyes. Die Hunza kann jedes bisschen gebrauchen. Zurück ins Nest, Scars. Retribution, Trupp im Anflug. Landeklappen und Fahrberg ausgefahren. Lenksystem bereit machen. Das ist mega angenehm. Gefletsche 10, Operationen, Grabräuber. Mega cool. Das macht mega viel Spaß. Wir haben hier Nachrichten in der Kommandozentrale abgefahren. Wir haben hier eine Ehre eines Tages an ihrer Seite. Das ist wohl jetzt in Dien, Sir. Und da ist es schon gleich. Weitere Neuigkeiten nach dem heutigen schrecklichen Angriff auf Genf. Uns liegen berichten über einen gezielten Schlag der Sato-Truppen gegen eine Geheimkonferenz der SDF-Anführer vor. Unseren Quellen zufolge wurden hochrangige SDF-Führungskräfte von einem Elite-Scar-Team angegriffen und eliminiert. Gleichzeitig blockieren SDF-Frontenbewegungen weiter den Fluss von externen Ressourcen zur Erde. Ohne diese Ressourcen sinken die Chancen zur Reparatur der beschädigten Sato-Schiffen dramatisch. Das war Jerome Davis für IW News. IW News. Wieder eine saubere Mission, Sir. Potenziale-Operation auf dem Bildschirm, sobald sie bereit sind. Jawoll. Also ich würde sagen, die Hauptmissung machen wir wirklich, wenn es sein muss. Guck mal, wie viel wir jetzt schon eliminiert haben. Kampf-Truppe, da mal schon drei Stück. Den haben wir nicht erwischt. Der ist noch unbekannt. Den haben wir erwischt, den haben wir erwischt. Die sind auch beide unbekannt. Nimm mal auch den erwischt. Und den. Nimm mal auch einen erwischt. Nice one. Finde ich geil. Das haben die Gei gemacht. Das hätte ich nicht da. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Na? Wenn du da in mich leertest, drückst, dann fliegst du in mich raus. Das ist kacke. Ah, das sind die Ansatzberichte. Okay. Hier sind Asus. Ich weiß auch nicht, wieso. Es ist schon ein schönes Schiff. Ja, das muss ich immer sagen. Mir gefällt ja, das Schiff. Das werden wir gleich mal rausfinden. Das machen wir in der Folge in mich auch noch. Erdcluster. Schnell, die Fähne nicht zerstört. Die Operation Feuerwasser soll auf dem Saturnmon Titan durchgeführt werden und bedarf sofort unserer Aufmerksamkeit. Nee, überhaupt nicht. Die hier ist wichtig. Die machen wir jetzt nochmal. Das ist wichtig, deswegen. Oh, die probieren wir doch mal. Das geile Einhorn. Alles klar. Zapfenstrahl. Wir werden diesmal auf starken Widerstand treffen. Gute Entscheidung. Wir bringen die Retribution ins Kreuzfeuer. Gator übernimmt. Waffen sind scharf. Bereit für etwas Action? Kannst kaum erwarten. Captain, Lieutenant, Achtung. Sato-Jekylls sind unter Beschuss. Wir springen direkt ins Kreuzfeuer. Verstanden. Brauche Feuerunterstützung von der Retribution. Aye, Sir. Seien Sie, dass die Kavalerie kommt. SCAR 1, der Tower weist auf Gefahr durch Trümmerteile hin. Verstanden. 1, 1. 1, 2. SCAR 1, Startbereitschaft erteilt. Verstanden. Start in 3, 2, 1. Da ist die Animation immer dieselbe, obwohl wir eigentlich mit dem Schifferszenten reinspringen. Hafen Außenposten, 12 Uhr. Mehrere SEF Großkampfstitte. Wir haben Kälter. Retribution mit allem auf die Zerstörer feuern. Scars, das Eisen ist heiß. Angriff. Nach dir, Raider. Ich kann ihn nicht abschütteln. Gefahr auf 9 Uhr. Wir müssen mehr Skater ausschalten. Wirklich. Gut, dass es das ist. Feinde, 3 Uhr. Feinde, 3 Uhr. Nein, du hast. Oh, fuck, der Zerstörer der. Aber ein Skater hat's gewichtet. Wer gehört mir? Feinde, 4, 2 Uhr. Sie Skater ausschalten. Alter. Die haben mich verfolgt, die Ratter. Täuschkörper abgeworfen. Raider, weiter auf die Skater feuern. Er schlägt Haken. Er schlägt Haken. Ist das Haken, wie sie gerade ist? Ja. Hab ihn. Hass erledigt. Gute Schüsse, 1, 1. Gater, Startesbericht. Halte mich, Sir. Machen Sie Hilfe? Negativ. Drinnen bleiben, Sir. Roger. Auf geht, Skater konzentrieren. Ziele. Feindliche Erfassung. Früchtlinge angemacht. Das Geld ist ausgeschaltet. Alles frei. Dann, hör mal, machen wir uns jetzt um die Zerstörer. Keine Zurückhaltung, Leute. Wir dürfen den Außentosten nicht verlieren. Räumen wir hier auf. Zwei Ausbüren. Ere. Ere. Zwei Ausbüren. Täuschkörper abgeworfen. Täuschkörper abgeworfen. Gute Treffer auf den Zerstörer. Nur noch einer. Wunderbar. Direkter Beschuss auf den verbliebenen Zerstörer. Nein. Machen wir es fertig. Den Zerstörer ausschalten. Pakete gefeuert. Pakete fertig. Einer Runde. Gegenmaßnahmen. Rückstoß, Alter. Letzter Zerstörer ausgeschaltet. Zone von feindlichen Fliegern befreit. Station gesichert. Der Außenposten gehört noch uns. Danke, 1-4-1. Wir haben hier oben unsere eigenen Asse. Mission erfüllt. Nicht wie weg hier. Fever, bring uns hier raus. Tower bereit für Jackets. Brücke Ende. 1-1 im Anflug. Wuh. Mega nice. Hilfsdrohne, bereit, wenn Sie es sind. Käpt'n. Fahrwerk für Drohne ausgefahren. In den gleichen Sachen. Übernimm's. Nice one. Operation sicherer Hafen. Und das bedeutet, es wird ziemlich nice. Und wir sind zur nächsten Folge. Ich sage tschau und danke fürs Zusehen.